Die Gesichtsverschmälerung ohne OP erfolgt nicht nur bei Frauen, sondern sehr häufig sogar bei Männern, damit dieses maskuline Look noch deutlicher hervorkommt und die Muskeln im Körper schon bereits im Gesicht zu erkennen sind, beim Blick ins Gesicht und dafür erfolgt diese Behandlung im Detail immer von einem Facharzt für plastische, ästhetische Chirurgie, um die Sicherheit auch hier zu gewähren. Ich denke, dass es schmerzarm ist oder in diesem Fall auch schmerzfrei, sollte eigentlich klar sein. Im Anschluss kann auch noch eine Joe-Line-Behandlung oder eine Konturbehandlung erfolgen. In diesem Fall zeigen wir erstmal diese Behandlung. Ich denke, mit einer einfachen Art und Weise kann man hier schnell eine Kontur bekommen.